Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Pharmahammer Crew. Heute kommen wir zu einem neuen Video hier. Heute haben wir mal wieder zwei Eventvorstellungen. Am einen, nämlich einmal eine Questreihe, die Zeitreise. Und im Anschluss haben wir noch ein weiteres Event. Ja, ich würde aber sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem. Die beiden starten am 22.02. um 14 Uhr und enden am 28. um 14 Uhr. Diese Schwierigkeit von dieser Questreihe ist mittel. Wie kommt man zum Event? Einmal über den Eventplatz, Newsseite oder Eventuhr. Ab welchem Level ist das Event? Also es ist ab Barmer Level 1, es ist ein Barmerama Questreihen-Event. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Hier oben sehen wir gleich mal die Eventpflanze, nämlich Kronenwäldchen, die alle 6 Stunden 80 EP bringt. Und wie wir sehen, Regenwald kann man die anpflanzen, Plantage und in den Kristallfällen. Ja, dann gibt es wieder vier Eventkörbe. Einmal den kleinen, den Zeitreisekorb klein, Zeitreisekorb mittel, Zeitreisekorb groß und den riesigen. Wer genauer wissen will, was drin ist, kann ja kurz das Video stoppen. So, dann kommen wir auch schon zur Eventquestreihe. Ja, oben sehen wir her, es ist eine Zeitquest. Ja, man muss versuchen, in einer bestimmten Zeit so und so viel Eventpflanzen zu ernten. Das hatte man, glaube ich, bis jetzt noch nie, dass man die Eventpflanzen in einer bestimmten Zeit ernten muss. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel im Kronenwäldchen 300 in viereinhalb Stunden. Ich würde immer empfehlen, anpflanzen, Karotten, Apfelschaden, hier alles aktivieren und dann erst ernten. Wenn alles fertig ist, diese Questreihe davor starten, dann hat man das nämlich machbarer. Man muss ja nicht hier alles machen, außer man will das unbedingt haben. Ich würde immer nur die ersten Aufgaben machen, bis da, wo der Eventsticker Part, ähm, Items gibt. Hier zum Beispiel vierte Stufe ist zum Glück immer meistens die erste Stufe, dass man die Sachen da bekommt. Von daher, aber ich frage mich, wie man das da mit dem Kronenwäldchen 1200 schaffen sollte. Ja, das wird echt eine Herausforderung. Ich bin mal gespannt, wie ich das angehen würde. Ich habe noch nicht so ein Event gehabt, aber ich freue mich darauf, mal eine andere Herausforderung zu haben. Und hier, das, wenn man das machen würde, das ist schon heftig. Eine Million IP, IP Moos, Penny, gibt es schon heftige. Nebenpreise sind auch wieder heftig. Ja, Farmtaler gibt es wieder ordentliche. Und natürlich Items und eine Wunderranke. Und die schauen wir uns jetzt an. Ja, hier sehen wir die Items, I-Items scharf im Glas. Das ist ein mega, mega, mega geiles Item. Das alle zwölf Stunden 88 IP mal dein Level oder Barm IP plus. 25% auf Getreide in Barm. Ich frage mich nur, was Getreide in Barm ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr wisst, was Getreide in Barm ist, welche Pflanze. Dann beam mich rauf, Schrotty, das alle zwölf Stunden 22 IP mal Level bringt. Oder Barm IP. Das finde ich im Moment sehr gut, dass es Items gibt, mit Level abhängig sind. Dann der Laufrein, der ist mega, mega geil, der alle 10 Stunden 22 IP oder Barm IP mal Level bringt. Und dann kommen wir zur Enttäuschung, nämlich die Wunderranke. Ihr habt schon was Gutes dabei, wenn man wüsste, was Getreide Barmer ist. Aber 2000 IP und 2000 Barm IP, das ist schon lächerlich. Und das nur alle 160 Stunden. Das Einzige ist wahrscheinlich der Erntebonus. Aber man kann ja eh fast nie was machen, weil meistens ja Events stattfinden. Aber die Items, die sind wieder richtig gelungen. Genauso der Eventsticker. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann war es das mit dem ersten Teil von der Eventvorstellung. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Teil, nämlich zum zweiten Event. Und der findet auf der Farm statt. Ich würde sagen, einen kleinen Cut setze ich. Und dann sehen wir uns gleich. Ciao. So, willkommen zur zweiten Eventvorstellung, nämlich zu den drei Mausgetieren. Ja, es kommt ein Event, das vielleicht manchen schon bekannt vorkommt. Die Mausgetiere, die kommen bestimmt schon in einem oder anderen bekannt vor. Ja, es startet ja auch am 22. Okay, bis zum 28. Die Schwierigkeit von diesem Event ist auch mittel. Wie kommen wir zum Event? Über den Eventplatz, den wir hier sehen, die Newsseite und die Eventuhr. Und das Event ist ab Level 3. Ja, es gibt insgesamt drei Eventpflanzen. Einmal die Stiebmütterchen, die Weiße, die alle drei Stunden 40 EP bringt. Dann Stiebmütterchen Orange, die alle sechs Stunden 80 EP bringt. Und dann Stiebmütterchen Blau, die alle neun Stunden 120 EP bringt. Und ihr denkt jetzt, oh shit, wieder viele, viele Eventpflanzen. Ich werde euch ein bisschen Entlastung geben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich alle drei Eventpflanzen machen. Aber ich gebe euch einen Tipp. Ich würde es jetzt so machen, dann sucht euch eine von diesen drei Eventpflanzen aus und nehmt nur diese Eventpflanze, weil man benötigt insgesamt nur eine von den dreien. Es ist natürlich klar, wenn man jetzt Stiebmütterchen Weiß nimmt, dass man da am meisten braucht, weil die halt am kürzesten dauert. Und für das Mühlenprodukt braucht man da halt dann am meisten von der Eventpflanze. Aber ich würde es jetzt nicht so machen immer. Außer man macht jede Wiese eine Pflanze. Kann man eigentlich auch machen. Vielleicht mache ich das. Ich weiß auch noch nicht so ganz. Ich überlege es mir noch. Ja, außerdem gibt es wieder vier Eventkörbe. Einmal den kleinen mit. Gibt es dieses Mal 4,99, drei Stück. Nämlich einmal für die weiße Pflanze eine. Dann für die orangenen einen. Und für den blauen. Und dann noch einen großen. Nämlich für 15 Euro. Wer genauer wissen will, was drin ist, kann ja wie immer das Video kurz stoppen. So, dann kommen wir zum Eventtrupp. Ja, es gibt auch einen Eventtrupp bei diesem Event. Nämlich die Terrakotta-Töpfe. Nicht Kopf. Terratopp, äh Kopf. Der Trupp aus Wiesen, Stellen, Bäumen. Alle möglichen aus der Farm. Kann man sich natürlich auch wieder im Farmausstatt erholen. Eins kostet zwei Topgulden. 100 kosten 150, 50, 85 und 200, 270 Topgulden. Dann gibt es noch ein Mühlenprodukt. Nämlich Stiefmütterchen gesteckt Variante 1. Wie ich schon erwähnt habe. Kann man jetzt zum Beispiel immer sagen, oh, ich nehme jetzt nur noch den Eventkorb. Äh, ich stelle nur dieses Mühlenrot her. Dann brauche ich nur die Mütterchen weiß. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ich weiß es auch noch nicht. Ähm, da gehört natürlich Orange hin. Und da gehört Blau hin. Nicht Weiß. Das habe ich wieder vergessen auszubessern. Will ich mich kurz entschuldigen dafür. Dann natürlich Terracotta-Töpfe. Braucht man jeweils 30 Stück. Und man sieht hier, braucht man nur 250. Aber es ist schon eine längere Pflanze. Und dort braucht man 100 für die längste Pflanze. Also das muss jeder für sich selber wissen. Ich weiß auch noch nicht so ganz. Vielleicht werde ich für jede Wiese auch eines machen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde mich noch mit meinem Bruder besprechen. Wie er es machen wird. Der Eventaufbau. Ja, den sehen wir hier. Es gibt drei Mausketiere. Das kommt vielleicht den anderen oder einen Bekan vor, diese Menüleiste. Und der da unten auch. Ja, wie ich schon erwähnt habe. Da muss man ein Mühlenprodukt herstellen. Und das muss man denen dann geben. Wenn man jetzt viermal abgegeben hat, bekommt man den Sticker. Zwölfmal bekommt man das erste Item. Vierundzwanzigmal bekommt man das erste Item. Zweite Item. Dann bei 39 das dritte Item. Und wenn man 45 Mal abgegeben hat, hat man die Wunderranke und das komplette Event durch. Und die Mini-Preise kann man einmal EP mal Level, Parma EP mal Level, Moospenny mal Level kriegen. Moospenny, Farmtaler, Goldene Bananen, Karotten, Apfelschande, Freiträs, Tubodünger. Das sind so Mini-Preise, wo man zusätzlich noch bekommt, wenn man jetzt nicht den Hauptpreis bekommt. Dann so Jackpot-Mini-Preise. Die kommen nur ganz selten. Dort kann man 15 Superdünger gewinnen, Superfutter, 10 Stück Farmtaler, Rätselställe, Rätselbäume. Ja, das ist auf jeden Fall schon besser. Aber die kommen halt nicht so häufig aus. Und jetzt kommen wir zu den Hauptpreisen. Nämlich zu den Items. Einmal die Mittagspause, die alles 9 Stunden, 650 EP oder Parma EP bringt. Dann Klingenkreuzen, alle 9 Stunden, 1400 EP oder Parma EP. Dann das klassische Wurfgeschoss. Ich finde die Items wieder mega gelungen übrigens, die alle 9 Stunden 3000 EP oder Parma EP bringt. Also momentan lasst Bigpoint echt einen des Staunen erwarten. Jedes Event gelingen ihnen die Items im Moment sehr, sehr gut. Gefällt mir. Wie schon beim vorigen Eventvorstellung, wo gerade eben davor kam. Das hat mir auch mega, mega geil gefallen. Und dann die Wolkenreihe, die alle 40 Stunden 28.000 EP und 28.000 Parma EP bringt. Und dann eine bekannte Inspektor-Mauseshaus-Box. Die kommt den einen oder anderen bekannt vor. Ich erwähne nochmal ein bisschen, was da drin sein kann. Dort können zufällige anderen Boxen drin sein, von Großpharma-Box zur Zuchtbox. Ist auf jeden Fall richtig cool. Und den Event-Sticker sehen wir hier auch noch. Den finde ich auf jeden Fall auch mega gelungen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf beide Events. Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, aber jetzt irgendwie im Nachhinein freue ich mich jetzt doch noch sehr auf dieses Event, weil es wieder 6 geile Items gibt für beide Events. Eine Wolkenreihe gibt, auch wenn die Wolkenreihe erste nicht so besonders ist. Aber ich freue mich trotzdem auf eine neue Herausforderung. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mitmachen würdet und welches Event ihr euch mehr konzentrieren würdet. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.